Ahoi und willkommen zurück hier in LEGO Pirates of the Caribbean, das Videospiel. Und wir müssen weitermachen mit der Mission Isla de Muerta. Okay, da werden wir uns jetzt auf den Weg begeben, würde ich mal sagen. Und los geht's! Ah! 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 Hm! Hehe! Ah! 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 Hannity petit auseliere Woll 4oo,3oo! Oh! Ah! 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 Huh! Oh! Ah! Gut, auch eine Art von Darnung, sich als Heil zu verkleiden. So, und dann hacken wir mal los. Auch wenn mir jetzt nicht so wirklich klar ist, wie sie da rausgekommen ist, aber na gut. Äh... Ah, okay. So. Schön festhalten, Jack. Boah, ich hasse das. So. Ähm. Schwoah. Gut, jetzt haben wir eine Laterne. Ah, da ist es gut. Ich dachte schon, jetzt müssen wir wieder irgend so ein Rätsel machen und ich bin wieder zu dumm, es zu knacken. Aber nie. So, jetzt kann auch wieder Herr Jack rüberkommen. Für die gibt's dann auch wieder eine entsprechende Strecke. Mädel, wo bleibst du? Ich dachte, hier läuft automatisch dann in die Richtung. Aber anscheinend tut's das ja nicht. Und... Ist auch völlig normal. Also ich meine... Das fällt alles weg. So fällt alles runter, nur indem du dich an das Seil hängst. Joah. Mein Freund, ne? Das fand ich jetzt ja nicht höflich, du. Komm her. Man kann sie nur im Mondlicht besiegen, aha. Ah ja, lol. Wir können uns aus den Skeletten was bauen. So. Ich geh mir jetzt mal einen geilen Helm. Das finde ich jetzt gar nicht gut. So, jetzt haben wir zwei, drei Sekunden Zeit. Boxen hier mal alles kaputt. Ein bisschen Money hat noch niemandem geschadet. So, jetzt muss die gute Dame... ...drehen. Damit wir rüberkommen. Oh, shit. Ja, so kann natürlich wieder nur mir passieren. Aber es gibt natürlich auch immer eine Lösung. Eine zweite Lösung. So, wir brauchen die Fackel. Okay. Kein Problem, holen wir uns. Ähm. Ihr habt nichts gesehen. Ne, ne, ne. Mein Gott, was bin ich wieder für ein Föstchen heute. Da krieg ich heute gar nichts auf die Reihe. So. Ne. Jawohl, so. Auf das wir rüberkommen. Ja, so fallen die Steine natürlich auch. Ich mein, das ist völlig normal. Kann ich jetzt... Ja. Perfekt. Cool. Was brauchen wir denn? Das Dingens. So, dürfen wir wieder buddeln gehen. Ist mir zu Ohren gekommen. Och ne, das wird wieder was mit diesen Lichträtseln. Die mag ich ja neuerdings. Das Dingens. So. Ja. Gut. So, jetzt brauchen wir aber noch so ein Teil, ne. Damit wir das da rüber spiegeln können. Müssen wir das vielleicht irgendwo... Irgendwo draus bauen. Oder können wir da irgendwas beliebiges... Ah. Da ist es. Sieht man mal. Das ist immer in der nächsten Umgebung hier. So. Zack. Perfekt. Ja, gut. Völlig normal. Ja. Gut. Ja, gut. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh Gott, nee, jetzt geht's richtig los. Ah, jetzt haben wir wieder wunderschöne Musik. Komm, Barbossa, komm her. Ähm, ja. Da, oh. Scheint da einfach zu unfähig für zu sein. Wir müssen das wahrscheinlich mit dem Fass machen. Ich vermute jetzt einfach mal. Ähm. So. Äh, ja. Ah. Was, was bringt mir das jetzt? Okay, gut. So. Jetzt müssen wir hier erstmal alles zu Kleinholz verarbeiten. Ah, ja. Okay. Aber ein Fässchen gibt's hier trotzdem nicht. Nee, ein Freund, ne? So schon mal gar nicht. Da brauchen wir Sklettteile. Okay. Können wir. Nee, können wir nicht. Wäre ja auch zu schön, dass man jetzt einfach die, äh, in die Nähe lockt, quasi. Und dann, ähm, könnten wir dann hier hochklettern. Aber wir haben ja eine Dame dabei. Fällt mir gerade so. Auf. Ja, genau. Die probiert sich schon wieder davon zu schleichen. Die sind einfach zu inkompetent. Das Teil da, äh. Sich da einem Teil da festzuhalten. Nein. Gut, ich glaub, da kann man keinem mehr helfen. Von der Wasserseite kommen wir auch nicht dran. Ach, scheiße. Ah, ja. Okay, gut. Knochenfass. Brauche ich auch mit Teilen von ganz weit da hinten. Ähm. Entschuldigung. So. Ähm. Ähm, ähm. Äh, ähm. Ja, gut. Ich glaube, wir müssen... Wir bräuchten doch wieder... Ah, ja. Da ist er. Okay. Komm her. Wie macht er das? Der heckt sich da jedes Mal wieder hoch, ja. Ja, jetzt ist das zum normalen Fass geworden. Okay, gut. Dieses Video ist ein bisschen merkwürdig, aber... Na gut. Also, wir müssen die jeweils so klein als verarbeiten. Und dann... Komm her. Wieder was daraus bauen, wahrscheinlich. Vermute ich jetzt mal, dass da einfach die Boss-Taktik ist, quasi. Das Problem ist ja, dass die wieder aufstehen, ne. Aber es hieß ja, wir können die nur um Mondlicht besiegen. Das heißt, wir müssen die jetzt auch mal dahin locken. Habe ich mal wieder ja nicht dran gedacht. So. Komm hoch. So, komm, du noch. Komm her. Ah, okay, gut. Jetzt ergibt das Ganze Sinn. Hade, hopp. Jawohl. Jawohl. Ähm. Was machen die denn da? Ja, gut. Das musste jetzt passieren. Das war... Das war absolut alles Absicht. Man muss da runterfallen. Ihr versteht. So. So. Und. Warte, joh. So, rein mit euch. Jawohl. So, locken wir ihn mal hier hin. Oder warten, bis er kommt. Wobei, den können wir auch so verwunden, ne. Ah ja, gut, der rennt von sich aus ins Mondlicht. Sehr schön. Jetzt kommt er wieder weg. Und da los, kommen wir. Ach Gott, jetzt wird er schon wieder ab. So, und ich setze mir jetzt mal diesen ultra geilen Helm auf. Weil es kann natürlich, das steht sich. Locken wir sie mal alle in die Nähe. Na los, kommt er. Ähm. Ja gut, habe ich gesagt. Was machen die denn da? Ach der, der, der ist immer der Bombenflitzer. Komm hoch, komm hoch. Ja, genau. Ja, diesmal war ich Godmode, mein Freund. Ne, 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 so funktioniert er ja nicht. Sehr schön. Damit ist unser Bombenfritzer auch aus dem Weg. Und los geht's. Brauchen wir mal. Ähm, ja. Da brauchen wir mal Will. Will, komm her. Und, na, so. Nein, du sollst, ja, sehr schön. Hoch. Ja. So, tut mir leid, dass die Leertaste manchmal so laut zu hören ist. Aber die ist ein bisschen verklemmt inzwischen. Ich weiß nicht warum. Aber kann ich nur mal nichts dran machen. So. Ja, ja. So, dann noch so einen toten Kopf. So, langsam. Immer die Ruhe bewahren. Du bleibst da jetzt drin. Siehst du, geht doch. Das Spiel ist aus, Barbossa. Komm her. Ja. Ja. Ähm. Ja. 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 Okay, gut. Der immer mit seinem verdammten Affen, wie Jack sagen würde, ich hasse diesen Affen. Oh, shit. Ähm, achso, okay. Ich verstehe jetzt nicht, soll man Bobo-Wasser weiterhin angreifen, oder? Äh, ja gut. Hehe, schau dir. Ich wollte nicht in dein Revier. Ja, jetzt entscheide mal Bobo-Wasser, wo lang. Ah, okay. Ähm, ja. Gut. Ähm, nee. Ich hab doch immer den im Visier. Warum wirft der dann gegen die Wand? Nein, Junge, du sollst Bobo-Wasser abwerfen. Komm her. Jack. Bitte. Komm. So, da war nicht so dumm. Entschuldigung. Okay, gut. Ähm, so. Ja, jetzt hängt er wieder auf Will rum. Nein, Jack. Ich würde gern mit Jack wieder rumrennen. So. Dankeschön. Bam. Jetzt wird wieder Jack befallen. So. Ach, mit dem können wir doch auch einfach so, ne? Ja. So, ein Laufepoint hat er noch. Aber das kriegen wir auch noch hin. Jack los. Nicht wieder dem Hai ins Maul schwimmen. Nicht wieder. So. So. Ich glaube ja. Zack. Okay. Oh. 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 Das war's. Für diese Folge. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Jetzt könnt ihr noch die, ja, Credits des Levels sehen quasi. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Kira Salai.